Gab es bekannt dafür mit Leichtigkeit durchs Leben als Marine-Mitglied zur GNS, einer der Personen, der die Marine mitgeführt und gefördert hat. Aber die Frage, die wir uns heute stellen ist, wieso wird Gab im Zuge seines riesigen Geheimnisses des Ds etc. von der Weltregierung so akzeptiert, wie er ist und nicht wie andere zum Feind gemacht und ausgelöscht? Intro ab dafür! Und damit ja, Leute, was genau wirkt, haben wir heute ein Video und ich wollte dieses Video zu Gab jetzt einfach mal machen. Ich meine, im Anime haben wir ja aktuell des öfteren Gab jetzt gesehen und ich hab mir dann einfach mal die Frage gestellt, ey, Gab, der hat ja ein D im Namen. Er ist der Großvater von Ruffy, er ist der Vater von Ruffys Vater quasi und diese Familie ist natürlich ein bisschen verrückt. Und warum, sofern halt auch die nachfolgende Generation von Monkey, die Gab halt so kriminell ist etc., warum geht die Weltregierung hin und akzeptiert Gab? Warum normalerweise es gab einer, der dann vom Natürlichen her ja ausselektiert werden sollte? Also warum geht die Weltregierung hin und akzeptiert Gab? Warum hat Gab die Möglichkeit als Vize-Admiral, sogar fast als Admiral etc., er hat ja den Titel abgelehnt und so. Warum hat Gab diese Möglichkeit bekommen, obwohl er ein natürlicher Feind Gottes ist, laut den Tenryu Bito? Warum hat Gab diese Möglichkeit bekommen? Darüber reden wir. Bevor es aber losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich One Piece Spoiler, die neuesten News zu One Piece etc. sein möchtet, so abonniert doch gerne den Kanal, würde mich sehr freuen und supportet sehr. Und dann gehen wir jetzt mal in die Thematik, wieso, weshalb, warum das eventuell sein könnte. So, zuallererst müssen wir hier erst einmal sagen, ich glaube damals, die Sicht von der Weltregierung an für sich auf die Leute mit diesem geheimen Namen D, war noch nicht so akribisch oder nicht so zugespitzt wie heute. Man muss sich das so vorstellen, vor 8 bis 900 Jahren, durch dieses verlorene Jahrhundert etc., das verlorene Königreich, wird wahrscheinlich etwas mit diesen Ds zu tun haben. Und dieses verlorene Königreich wurde dann ausgelöscht etc., man hat die Geschichte vertuscht und so weiter. Und dann fast 1000 Jahre, fast später, ist man natürlich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, unvorsichtiger oder so, aber man nimmt das Ganze vielleicht nicht ganz zu krass ernst, wobei jetzt gerade mit Ruffy, gerade mit Dragon als D-Track hier nochmal, ist sehr gefährlich für die Regierung wird, für die Weltregierung, aber man, ich hoffe ihr versteht, was ich zum Ausdruck bringen möchte, dass irgendwann mal wirklich, der Drops ist in dem Falle irgendwann mal durch. Also irgendwann muss man natürlich sagen, okay, jetzt hat sich das erledigt, Neustart. Und ich denke, als Garp damals zur Marine gegangen ist, gab es natürlich ein paar Diskussionen, ja, er war bestimmt noch relativ jung etc. Und bis dahin gab es noch keinen Roger, ja, bis dahin gab es noch keinen Sauro, der die Marine verraten hat, bis dahin gab es keinen Roger, der das One Piece gefunden hat, der die wahre Geschichte herausgefunden hat. Bis dahin gab es keinen Monkey D, Garp, ja, bis dahin gab es keinen Ruffy, keinen Ace und so weiter. Bis dahin gab es wahrscheinlich noch keine großartigen Leute wie heute, die durch, oder mit ihrem Namen so, ich sag mal, in der Öffentlichkeit stehen und ich sag einfach mal, die Weltregierung zum Verzweifeln bringen, ja, in diesem Falle. Und ich denke, das war noch nicht so ausdrücklich oder so krass damals. Natürlich gab es bestimmt auch schon Vorgabe, Leute mit einem D im Namen, die auch so agiert haben, wie der typische D-Träger in unserem Kopf, ja, wie zum Beispiel Ruffy, der halt immer straight on geht, so, es gab bestimmt Leute, die genauso gelebt haben und natürlich auch vielleicht welche, die ein paar Probleme gemacht haben. Aber so wie heute, ja, die Ära von Roger und danach, so krass, glaube ich, war das noch nicht. Und deswegen hat die Weltregierung vielleicht damals gesagt, okay, jo, akzeptieren wir das doch jetzt mittlerweile, ja, das sind Leute, die kennen ihre eigenen Wurzeln, die kennen diese eigene Geschichte nicht. Dieser Name, der wird immer, der wird weitergebracht gebracht oder dieser Name, der taucht immer wieder auf, ja, in der Geschichte, aber die Leute selber wissen nicht mehr, worum es da wirklich geht bei dem Namen etc. Ja, die sind sich dessen nicht bewusst. Und ich denke, das ist etwas, was die Weltregierung hier natürlich mit hat einfließen lassen, beziehungsweise wo die Regierung gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir doch einfach mal Leute mit einem D im Namen. Denn es gibt natürlich auch ein sehr interessantes Sprichwort, ja, halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher, ja. Es gibt natürlich nichts Besseres, als wenn du deinen Feind für dich selber, ähm, ausspielen lässt, ja. Wenn dein Feind, ich sag mal, wirklich für dich quasi kämpft, dein ursprünglicher Feind vor Generationen, ja, dass der dann jetzt in den neuen Generationen in der Zukunft dann einfach für dich selber einsteht. Denn so minimiert man natürlich auch Gefahr, ja, diese ganze, äh, diesen ganzen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und, äh, ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich sicher, dass, äh, Garb natürlich oder mittlerweile mehr Weiß als damals, ja. Ich denke, durch die Zeit mit Roger etc., die Gespräche, die Garb mit Roger hatte, die Kämpfe und so, was Garb halt alles erlebt hat, Garb Weiß, und das hat er auch natürlich gesagt im Manga, so wie auch jetzt hier in der Anime-Folge, ja, dass die Tenryubitus absolute Untermenschen sind. Das sind absolute Wichser, das hat Garb gesagt, und das weiß er. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Garb mittlerweile, äh, genau weiß, was da vielleicht damals auch abgegangen ist. Ich denke, Garb ist einer derjenigen, die ein bisschen mehr Wissen haben, ähm, vielleicht nicht wirklich alles wissen, aber die ein bisschen mehr Wissen haben. Vielleicht hat Roger es ihm sogar erzählt. Es gibt ja auch die Theorie, dass Monkey D. Dragon mal damals bei der Marine gewesen ist, ja. Dragon sich aber diesen Scheiß da angesehen hat, wie die Tenryubito House und dann gesagt hat, nee, ich will damit nichts zu tun haben. Und, äh, warum sollte Garb zum Beispiel auch einen Ruffy, ja, oder vielleicht sogar auch damals, das weiß man natürlich nicht, Dragon zur Marine, ähm, haben wollen, oder als Marine haben wollen, ne. Natürlich, ich glaube wirklich, um sie zu schützen, ne, weil es ist natürlich gerade die Ära von Roger gewesen, die halt für die Weltregierung ziemlich den, äh, D-Trigger gepullt hat, ja. Die Weltregierung, die ist natürlich jetzt mehr aufmerksam auf Leute mit einem D im Namen, ja. Nicht nur Roger hat bestärkt das, ja. Dragon gerade bestärkt das. Natürlich Marshall D. Teacher, ja. Monkey D. Ruffy, der jetzt auch schon bei den Kaisern am Kratzen ist. Und es wird natürlich immer gefährlicher. Es wird immer gefährlicher. Ja, und selbst auch der Reverie haben wir jetzt auch im Sommer gesehen, der sich mit Ruffy, Blackbeard und so auseinandergesetzt hat. Und ich denke, gerade weil Garb so viel für die Marine getan hat, ja, weil er die Marine geprägt hat auch, ja, als Ganze, ja. Er wäre eigentlich Admiral geworden, vielleicht sogar noch krasser gewesen, ja, ähm, gerade weil er das alles getan hat. Und auch Marineford, gerade weil er für die Marine eingestanden ist und nicht dann für seinen, ich sag mal, Stiefenkel, mehr weniger, dann doch gekämpft hat, ja. Ja, ähm, was ich zum Beispiel sagen muss, dass das heute wäre es oder würde es theoretisch jetzt irgendwann mal um Ruffy gehen. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass Garb da nur ruhig sitzen bleiben wird und für die Marine einstehen wird. Ja, das wird natürlich schwierig, aber das hat, glaube ich, der Weltregierung gezeigt, dass der Mann loyal ist. Eichiro Ola sagt ja auch, er wird durch und durch ein Marine sein und bleiben. Ähm, deswegen ist natürlich auch die Theorie sehr, sehr hoch im Kurs, dass es irgendwann eine neue Marine geben wird, die mit richtiger Gerechtigkeit und, ich sag mal, äh, mit richtiger Akzeptanz etc. arbeitet. Nicht halt so wie die Tenryubito, die Marine mehr oder weniger dann unter ihrem Denkmantel halt führen, sage ich mal. Und, äh, ich denke, Garb hat da einfach ein sehr hohes Ansehen. Natürlich, ja, natürlich, natürlich, ähm, könnten die jetzt auch sagen, okay, Garb, du bist jetzt ein D, ihr werdet mir zu gefährlich, so, äh, verpiss dich oder so. Wir wollen nicht, ich meine, das funktioniert natürlich auch nicht, ja. Was wird Garb machen? Er wird sich der Revolutionsarmee vielleicht anschließen oder sonstiges, ja. Und dann gibt es natürlich immer mehr Probleme. Ja, ich glaube, dieses Motto, halte deine Feinde noch näher, das ist ja, glaube ich, oder das trifft ja einfach sehr gut auf Garb zu. Weil, gab es einer, der so stark war wie Roger damals, gab es einer der Leute, die mit am stärksten in der Welt von One Piece generell sind. Und mit dem darfst du es dir auch nicht verscherzen, auch wenn der so eine relativ lockere Art hat. Da gab es ja ein bisschen, ja, er ist ja, er hebt sich natürlich ab von anderen Marine-Admirälen oder Vize-Admirälen, ja, in seiner Leichtigkeit und so weiter. In seinem Charakter, etc., etc. Also, da bin ich echt gespannt. Und ich denke, das ist, glaube ich, so hauptsächlich der Grund, warum er bei der Marine ist und von der Weltregierung gerade akzeptiert worden war. Oder akzeptiert ist, ja. Oder, ähm, ich meine, nicht nur Garb war ja da, sondern Hargur Disaure war ja auch einer mit einem D im Namen. Der hat die Marine verraten und das ist natürlich auch die Frage, ähm, inwieweit dieses D wirklich, äh, ein Problem darstellt, ja. Ob das D, ich sag mal, im Allgemeinen einfach in eine Schublade gesteckt werden kann mit diesen ganzen Charaktern. Und, dass man diese Schubladendenken hat, dass die alle einfach nur Probleme machen oder ob man da vielleicht auch andere Wege geht. Ich glaube, nach ungefähr, beziehungsweise fast 900 Jahre, denke ich, hat die Weltregierung eingesehen, okay, wir akzeptieren jetzt langsamer die Leute, wir wollen ja die Geschichte so gut wie möglich auch vertuschen und geheim halten, ja. Deswegen wäre das auch strategisch einfach ein interessanter Move. Deswegen lassen wir die Leute in die Marine und in der Marine sogar auch aufsteigen, ja. Garb hätte Admiral werden können, ja, um das hier nochmal aufzuzählen. Ja, also, sehr, sehr interessantes Thema, warum Garb als D von der Weltregierung akzeptiert wird, ja. Mega, mega interessant und ich bin gespannt, wie Garb irgendwann in der Zukunft dann weitermachen wird. Denn Garb weiß er, dass die Tenryubito scheiße sind etc. pp. Ich bin mal gespannt, wie er sich dann in Zukunft entscheiden wird, wenn es irgendwann darum geht, die Marine auch zu revolutionieren, ja. Nachdem er die Tenryubito gestürzt hat. Ich denke, er wird ohnehin bis zum Ende dann trotzdem Marine-Mitglied bleiben und für seine Gerechtigkeit auf jeden Fall einstehen. Schreibt mir eure Meinung dazu natürlich gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Und, ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Auch gerne ein Abo dalassen, da verpasst ihr natürlich nichts. Und dann verabschiede ich mich erst einmal für heute. Ich bin da raus. Ich wünsche euch allen einen entspannten Tag. Falls ihr bis hierhin gehört habt, einmal Hashtag Gab in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss. Ciao und tschüss.